Moin und willkommen zu einer neuen Runde Hunt Showdown Heute sind wir wieder in Stillwater Bayou unterwegs Ja wie die meiste Zeit ja in einem zufälligen Trio Wir suchen nach dem Assassin, die Frage was hat er da jetzt gefunden Wasser Schrappen 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 da habe ich kurz mal vergessen dass ich ja sofort feuere wenn ich auf die linke maustaste drücke ist ja anders als beim bogen wo man dann erst anspannt der muss ist ja schon angespannt für den post haben wir schon mal gefunden ich weiß nicht so recht ob ich mich darüber freuen soll mal ich diesen compound auch überhaupt nicht mag ouch hallo 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 Das Gute ist, dass der Ausgang relativ nah dran ist. Das Gute ist, dass der Ausgang. Das Gute ist, dass wir beide die Gegner gehört. Aber hast du ihn denn auch tot? Er geht also voll in die Offensive, der Kollege. Das Gute ist, dass der Ausgang. 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 Vielen Dank.